Nunner zu, Nieber zu, Nauf zu, das A zu zu. Jetzt zieht alles zu. Das wollte ich bloß noch mal gesagt haben. So Leute, heute machen wir wieder Fechtelbergüberschreitungen. Gefühlt 5 Grad heute, aber es schneit zum Glück nicht. Dann zieht ihn voll mit seinen Drogen. Bis später. So, fast bis jetzt geschafft. Das ist dann im Allgemeinen. Schon guterassig. Was denkt ihr Leute? Bereits? Fast geschafft. So, jetzt sind wir oben. Erstmal geschafft. Reins. Ausdicht ist so lange. Das ist schwer noch. Das ist schwer noch. Jetzt geht's. Die Bundeslandung. Jetzt haben wir das ganz gut. Jetzt weißt du, ob wir den Ort verziehen. So. So. Jetzt haben wir den Kuschel. Die geschüppelte Handlung nicht unterblenden. So. 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 So, Nummer 2 geschafft. Weiter bei Detail der Aussicht. Bisschen Schreiter. Und, sag mal was, Jay-Z. Bist du kaputt? Ich will Sex. Jay-Z kann nicht mehr. So, wir sind jetzt das dritte Mal auf dem Weg. Der Mann ist kaputt. Für mich ist es halt ein bisschen langweilig, wenn ich immer warten muss. Ich meld mich mit dem U-Bit-Sint. Die U-Drei haben wir geschafft. Zwei müssen wir machen. Scheiß Wetter. Ach, es gibt ja kein schlechtes Wetter. Bis zu U-4. Zwei. Unumgelaufen. Schafft. Bisschen. 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 Ach so, ein Schuh. Okay, da ist es ein Schuh. Haha. Da warst du auf dem Schuh. Es hat ein Quatsch. Schmerzen. Okay. Veronica. Der ist nicht gut. Vielen Dank. Warum ist es nicht gut? Warum?